Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Aktuell ist das Thema Promi Big Brother viele noch nicht so präsent, aber nur noch 6 Tage. Und dann startet das große Promi Big Brother auf Sat.1. Und ich habe euch hier schon insgesamt 5 Kandidaten vorgestellt und nun wurden 5 weitere Kandidaten vorgestellt. Und ich dachte mir, wir nutzen heute dieses Sondervideo, um genau über diese 5 neuen Kandidaten einmal zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses große Promi Big Brother Thema dieses Jahr ziemlich für Gesprächsstoff sorgen wird. Unter anderem, weil ja auch Peter Klein, aber auch Patricia Blanco mit dabei sein soll. Und, und das ist ja schon bestätigt, dass die beiden mit dabei sind. Und es sieht wohl ganz danach aus, dass es wohl vielleicht auch eine Gegenüberstellung zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann, aber womöglich sogar mit einem Einzug durch Iris Klein nochmal turbulenter sein könnte. Das ist das, was man so flüstert. Ich habe viele Katzen kotzen gehört, aber ob das nun wirklich so ist, weiß ich nicht. Wir sprechen heute auf jeden Fall über die bestätigten Kandidaten. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, okay, Promi Big Brother, ich gebe dem Thema eine Chance, für dich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind hier eine mittelgroße Trash-Familie und auf dem Weg zu den, ja, 21.300 aktuell. Es ist unglaublich, ich bekomme schon gar nicht mehr mit. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt zu der offiziellen Sat.1-Homepage, damit wir hier auch wirklich die neuesten News haben. Und wir haben hier wirklich interessante neue Kandidaten, unter anderem Ron Bielecki. Das wäre, das ist für viele vermutlich jüngere Zuschauer eher interessant, aber nicht unbedingt. Nicht unbedingt, wir schalten einmal rüber und hier haben wir sie auch schon. Promi Big Brother 2023 neue BewohnerInnen enthüllt. Und hier sind einige interessante Charaktere drin, wo ich glaube, das könnte ziemlich für Gesprächsstoff sorgen. Wenn die so meine Augen zu ihm hier schielen, glaube ich, wird es richtig, richtig übel werden. Zuerst das Wichtigste in Kürze. Der große Bruder hat er enthüllt. Auch Skandal-Streamer Ron Bielecki, Schauspielerin Manuela Wiesbeck, Reality-Star Matthias Influencerin und Reality-Star Paulina und Magia Filo sind in Staffel 11 von Promi Big Brother dabei. Und die reihen sich jetzt zu Jilles und Peter Klein und Patricia Blanco ein. Und wir haben noch zwei weitere Namen, die ich schon wieder vergessen habe, ja. Darüber reden wir aber gleich. Auf jeden Fall hier schon mal krass, 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 krass. Das dürfte richtig spannend werden. Na gut, wir gucken mal, wer diese Leute eigentlich sind. Sie sind auch in Staffel 11 dabei. Wer ist eigentlich Ron Bielecki? Er selber sagt von sich, ich bin Reality-Jungfrau. Er ist aber aufgrund von verschiedenen Eskapaden aktuell immer wieder in den Medien gewesen. Zumindest was so Social Media und Streaming-Plattformen betrifft, ist Ron Bielecki wirklich ein Name, der aufgrund von Alkoholexzessen ordentlich für Gesprächsstoff sorgen könnte. Und so schreibt es auch Sat.1, Zitat, Sat.1 als Fitness-Influencer groß geworden ist YouTuber Ron Bielecki heute in erster Linie durch seine Party-Exzesse, Provokationen und Glücksspiel-Streams in den Schlagzeilen. Ich bin Reality-Jungfrau, erklärt der 25-Jährige vor seiner Zeit bei Promi Big Brother. Für die 24-stündige Kamerabeobachtung hat sich der Streamer vor allem etwas zum Ziel gesetzt, gut aussehen und mir gar keinen Stress zu machen. Zitat Ende. Ja, ich glaube, gerade dieses ganze Glücksspiel-Streaming, wo ich auch ein absoluter Gegner von bin, das muss ich gleich mit dazu sagen, ich bin ein absoluter Gegner von Glücksspiel-Streaming, wenn man einfach damit junge Zuschauer für dieses Thema ein bisschen sensibilisiert und das ist gar nicht okay. Und er ist aufgrund diesen ganzen Hintergründen wirklich ein Skandal-Kandidat, ja, und ich glaube, hier könnte es heftige Reibereien geben. Dann haben wir Manuela Wissbeck, ich kenne Luxus nicht. Eine sympathische Aussage schon mal, oder? Aber wir gucken mal, womit es sich hier auf sich hat. Bekanntheit erlangte Manuela durch das Comedy-Format Böse Mädchen. Dem TV-Publikum ist sie außerdem durch ihre durchgehende Rolle in Notruf Hafenkante vertraut. Wer kennt es nicht, Notruf Hafenkante? Nach Teilnahme bei Let's Dance und Promi-Shopping-Queen ist Promi Big Brother das erste Reality-Format, an dem Manuela Wissbeck teilnimmt. Vor den Entbehrungen während dieser Zeit hat die 40-Jährige, die nebenbei auf einem Bauernhof arbeitet, keine Angst, ich kenne Luxus nicht und lebe auch zu Hause nicht im Luxus. Wir leben eher einfach. Zitat Ende. Finde ich jetzt sehr sympathisch. Tatsache, ich habe jetzt Let's Dance nie so verfolgt. Und wenn ich jetzt sage, seitdem habe Kerkeling, dass ich mir moderiert, da könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Jahre das jetzt zurückliegt. Aber was Manuela betrifft jetzt erstmal für mich ein gutes Statement. Sehr bodenständig. Finde ich gut. Kommen wir zu Matthias. Gut, den kennen wir aus etlichen Formaten. Und immer wieder natürlich ganz weit oben beim Thema Drama. Und er im Promi Big Brother Haus, boah, da bin ich mal gespannt. Wenn er mit Patricia sich verbündet, dann könnte es ruhig werden. Aber wenn er mit Patricia aufeinander stößt, und die verstehen sich nicht, ei, 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 da könnten die Fetzen fliegen, weil die sind beide nervig. Matthias, Promi Big Brother ist die Mutter des Reality-TV. Matthias ist im Reality-TV zu Hause, Dschungelcamp, Hot oder Schrott, Kampf der Reality-Stars, Sommerhaus der Stars, das große Promi-Büße und viele weitere. Selbst die Hochzeit mit dem 55-jährigen Hubert Feller ließ der 40-jährige in seiner sechsteiligen Dokusop begleiten. Promi Big Brother adet der erfahrene Reality-Star jedoch als Mutter des Reality-TV und verspricht, ich sehe es als ein großartiges Experiment und lasse mich zu 100% auf Promi Big Brother ein. Zitat Ende. Ich gebe ihm recht, ja. Promi Big Brother oder Big Brother selbst ist auch für mich so die Mutter des Reality-TVs, aber das Dschungelcamp der Vater. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und ich glaube, Matthias könnte für ordentlich Zunder sorgen. Das könnte richtig, richtig böse werden für die anderen Kandidaten, weil er halt einfach kein einfacher Charakter ist. Und das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern ich meine das halt einfach so, wie es ist. Ich bin auch kein einfacher Charakter. Und ich glaube, er könnte wirklich mit seiner Art im Container für ordentlich Stress sorgen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Gut, gucken wir mal, wer Paulina ist. Von Drama bis Eskalationsstufe 10 habe ich alles zu bieten. Paulinas Karriere begann 2020 bei Köln 50667. Nach ihrem Rauswurf wegen Fehlverhaltens macht sie durch verschiedene Dating-Formate von sich reden. Bei Temptation Island VIP scheiterte der treue Test mit ihrem Partner. Bei Ex on the Beach flammten alle Gerüchte zu Yasin wieder auf. Inklusive Schwubi Loop vor der Kamera für ihre Zeit bei Promi Big Brother verspricht die 26-Jährige mit mir. Kommt auf jeden Fall Schwung ins Haus. Ich lache gerne und viel und habe von Drama bis Eskalationsstufe 10 alles zu bieten. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich ganz gespannt, wie sie sich im Haus verhält. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn 24 Stunden die Kamera auf einen hält und dann auch 24 Stunden gesendet wird. Wir selber sehen ja immer nur auf Sat.1 die Zusammenfassung. Aber ich glaube auf Join Direct kann man alles sehen und ich glaube, da wird man sich auch nochmal ein bisschen anders verhalten. Jetzt haben wir noch zum Schluss Magier Philo. Kenne ich oder Philo, kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Er selber sagt, es ist eine Ehre bei Promi Big Brother dabei zu sein. Schon früh führte Philo sich für berufen Entertainer zu werden. Im Alter von 21 Jahren konnte der heute 41-Jährige von der Zauberkunst leben. Heute reist Philo als Zauberer und Mentalist um die ganze Welt. Mit Promi Big Brother betritt er absolutes Neuland. Promi Big Brother ist mein erstes Reality-Format. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es ein Urgestein im Reality-Fernsehen ist. Wenn man bedenkt, wie lange es Big Brother schon gibt, ist es eine Ehre dabei zu sein. Zitat Ende. Ich weiß halt immer nicht, ob das immer so eine gute Entscheidung ist. Für den Zuschauer bestimmt sehr unterhaltsam, einen Entertainer im Container zu haben. Aber ob es für das eigene Image gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen, wie man sich verhält. Kann natürlich auch nochmal einen ordentlichen Schwung in die Zauberer-Karriere geben, wenn er da tolle Kunststückchen im Container zeigt. Aber ich glaube, was wir jetzt schon sehen, wenn wir so auf die Kandidaten blicken, das ist hier wirklich alles ein richtig wilder, zusammengewürfelter Haufen. Natürlich sind sonst noch mit dabei Peter Klein. Den haben wir schon gesehen. Über den haben wir schon gesprochen. Peter Klein ist mit dabei. Yilis ist mit dabei. Über sie haben wir schon gesprochen. Dann Patricia Blanco, auch hier, wo ich glaube, durch die aktuellen Schlagzeilen, allein schon mit Andreas Ellermann, könnte das ziemlich heftig werden. Dann haben wir noch, die Dilara ist mit dabei. Das war so die zweite Riege, die angekündigt wurde. Und Dominik Stuckmann, der letzte, der noch mit angekündigt wurde. Und dann hat die 5-9. Okay, dann gibt es noch eine Wildcard. Da wurde auch gewonnen. Und zwar hat er die Wildcard gewonnen. Auch er wird mit dabei sein. Über ihn habe ich jetzt noch nicht allzu viel. Das gucken wir uns aber nochmal an. Es werden jetzt ja immer mehr Kandidaten veröffentlicht. Es gibt auch schon extrem viele Spoiler. Das muss man dazu sagen. Es gibt ganz, ganz viele Kandidaten, die hier durchsickern. Bei Patricia Blanco war das Tatsache auch ein relativ schnelles Ding, dass Promi Big Brother denn reagiert hat, als das Gerücht aufkommt. Es dauerte nicht lange. Dann wurde sie auch schon relativ schnell dann auch bestätigt. Ähnlich ja auch bei Peter Klein. Ich meine, ich habe darüber im Mai hier berichtet, dass Peter Klein bei Promi Big Brother wohl dabei sein wird. Und ich hatte recht. Also ich glaube aber auch Tatsache, dass das Sat.1 sehr, sehr gut gelegen ist, wenn diese Spekulationen auftauchen, weil so bleibt man im Gespräch. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sat.1 vielleicht sogar selbst den einen oder anderen Hinweis immer mal wieder spoilert. Ich für mich glaube, Promi Big Brother hier auf meinem Kanal könnte ein spannendes Thema sein. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch darauf einlasst. Das hat auf jeden Fall auch Konfliktpotenzial. Und es wird spannend werden, die unterschiedlichen Charaktere zu analysieren, die unterschiedlichen Verhaltensweisen zu hinterfragen. Und ich glaube, wir können hier auf dem Kanal wirklich einiges Interessantes erleben, weil es einfach auch regelmäßiger Content ist. Ist natürlich ähnlich wie das Dschungelcamp für mich hier eine tolle Möglichkeit, darüber zu berichten, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten des Sondervideos. Wir sehen uns aber wieder heute um 14 Uhr. Und da habe ich etwas zugeschickt bekommen, was wir uns mal anschauen müssen. Es geht um, ja, vermutlich ein merkwürdiges Verhalten bei einer Produktpräsentation. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Es schaltet unbedingt um 14 Uhr ein. Abonniert den Kanal und ich sage jetzt erstmal Tschüss.